Unsere Gesellschaft wird immer mobiler, ihr Kraftstoffverbrauch steigt. Wegen gesetzlich vorgeschriebener Quoten nutzen die Mineralölkonzerne zunehmend Biokraftstoffe. Biodiesel hat den größten Marktanteil. Im Biodiesel B7 ist er zu bis zu 7% enthalten. Dem Superbenzin E10 sind bis zu 10% umweltfreundliches Bioethanol beigemischt. Außerdem werden Reinkraftstoffe BioSuper E85 und Biodiesel B100 angeboten. Doch die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen kann zu Fehlentwicklungen führen. Wo etwa für Biokraftstoff, der eigentlich klimaschonend sein soll, Regenwald gerodet wird, müssen neue Regeln her. Eine Nachhaltigkeitsverordnung schafft seit dem 01.01.2011 einheitliche Regeln für alle Biokraftstoffe, die in Deutschland verbraucht werden. Die Verordnung setzt erstmalig entsprechende EU-Vorgaben um und gilt weltweit und auch für andere Industriezweige als Vorbild. Der Nachweis beginnt bereits beim Produzenten der Rohstoffe, wie Raps, Soja, Getreide und in äußerst geringem Umfang auch Palmöl. Die Landwirte müssen erklären, dass die angebaute Biomasse den Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnung entspricht. Die Nachweise müssen sie bei Kontrollen den Zertifizierungsstellen vorlegen. Auch beim Transport, der Lagerung und dem Handel muss die Verordnung eingehalten werden. Bei allen Schritten im Produktionsablauf kontrollieren unabhängige Stellen, ob tatsächlich im Sinne der Nachhaltigkeitsverordnung gearbeitet wird. In der Ölmühle wird geprüft, beim Transport und bei der Zwischenlagerung und auch der Biokraftstoffproduzent muss mit Kontrollen rechnen. Transportwege, der Energieverbrauch bei der Herstellung, ob Nebenprodukte weiterverwertet werden, – all das fließt in die Treibhausgasbilanz ein. Das letzte Glied, der Biokraftstoffproduzent, sammelt alle Nachhaltigkeitsbelege der vorhergehenden Produktionsschritte. Das gilt auch für ausländische Produzenten von Palm- und Sojaöl. Am Schluss werden alle Emissionen addiert. In der Summe müssen Biokraftstoffe mindestens 35 Prozent weniger Treibhausgase emittieren als fossile Kraftstoffe. Die Mineralölkonzerne dürfen nur noch solche nachhaltig produzierten Biokraftstoffe auf ihre gesetzlich vorgeschriebene Quote anrechnen. Der Nachhaltigkeitsnachweis stellt also sicher, dass der Biomasseanbau für deutsche Kraftstoffe weltweit keine wertvollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen zerstört, wie Moore oder Regenwälder. Einige Zertifizierungssysteme fordern von den Herstellern zusätzlich, dass sie soziale Kriterien einhalten, auch im Ausland. Diese müssen nun ebenfalls nachweisen, dass sie sozial nachhaltig produzieren, wenn sie nach Deutschland exportieren möchten. Deutschland als größter Biodieselhersteller setzt mit der Nachhaltigkeitsverordnung weltweit Maßstäbe. Erstmals werden in einem Wirtschaftssektor so weitreichende, weltweit geltende Nachhaltigkeitsvorgaben eingeführt – zum Wohl unserer Umwelt. Zertifizierungssysteme fürrittzellerング Deutschland als größt! Untertitelung im Auftrag des Zdak buddh Hamburg pickingfiz administrative Untertitelung des ZDF, 2020